Ich bin jetzt im Melkerstieg und dann gucke ich mir mal die Fassade an von der ehemaligen Hans-Albers-Villa, die er für seine Schwester gekauft hat und auch öfter mal gehaust hat, wenn er für Dreharbeiten nach Hamburg gekommen ist, vom Starnberger See aus. Da hinten ist sie. Viel überwacht. Ja, der Hans. Seine Schwester hat es sich hier gut gehen lassen, die Gute. Hier war der blonde Hans. Ich darf da wohl nicht weiter reinfahren, keine Ahnung.